hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hausflipper wir schauen jetzt mal ich bin noch mal ein haus kaufen oder noch weiter bearbeiten wir schauen gleich mal so das machen wir das richtigen schick so wir den ganzen schmutz hier weg so ein bisschen kann ich ja schon machen eventuell werde ich das wohnung später verkaufen wieder aber das soll ja kein problem sein den rest mache ich später das werde ich mal alles so weit verkaufen machen wir mal alles schick wieder scheinen sehr uralt zu sein das gibt das haus dann machen wir erst mal so weit in drin reinigen so 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 hier wird es bereich damit das hier wahrscheinlich die küche sein hier ist es auch so 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 das denke ich mir mal vielleicht ein kleines gästezimmer das wird ein schlafzimmer hier wird bad gemacht zagen rein aber guck mal, das sieht doch schon viel besser aus so ja fange ich natürlich unten an und dann apu apu habe ich noch was gesehen so also hier kommt das erstmal Tisch und hinten kommt dann die Küche Fußboden Bodenfriesen so machen wir Wände so damit es ein bisschen freundlicher aussieht so ja Wände machen wir alles so passt ein bisschen mit dem Teppich zusammen von der Herstellung ist okay so vielleicht machen wir hier auch noch so eine Schiebetür rein, mal schauen so 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 ich habe jetzt Zeit wenn ich das ja in Ruhe einrichten so reicht immer noch nicht ich habe nochmal zwei Platten so zack so 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 genau dann mache ich jetzt so 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 Ach, ich verwelfel die in die Cluster so offen. So Küche. So mach ich mal ein bisschen heller. So. Die Wände. Ja, gucken wir mal. Was machen wir schön mit das? Oh, das ist das. Das ist das. Ja, über ein bisschen mehr. So. So. Muss das aber erstmal los werden. So. So. Oh, hat schon was. So. So. Man weiß es ja nicht. So. 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 Oh, hat schon was. Das hat schon was. So. 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 Da. Ja. Ja, das ist klar. Da kann ich ja von oben was wegnehmen. Dann nehmen wir das Gestalt. So. Zack, zack. Wieder schonmal. So. So. Einbauen und sowas kommen. Das ist erstmal nur so. Alles fertig machen, renovieren. Und dann passt das schon. So. So. Ich finde es gut. Klar gibt es verschiedene Sorten, was man machen kann, aber das finde ich schon gut. Laufabe. So. So. Geht natürlich dazu. So. 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 So.